So, das einzige was ich versuchen könnte, wäre in den Canyon zu kommen. Ich wünsche mir, man könnte hier irgendwo übernachten. Ich habe aber keine Ahnung, wo man sich heilen kann. Kann man das Ding wo gucken? Äh, ich schau mal, es fängt schon sehr sehr schön an, nicht wahr? Äh, ne. Ich kann aber mal gucken, ob ich per Glück irgendwann mal so einen Käfer finde oder so ähnlich. Ach, Käfer sag ich schon, ne, Fee. So. So, teleportieren wir uns. Lied des Schwingens und ich würde zum Canyon gehen wollen. Genau. Fahren wir da mit. So. Upsa. So. Äh. Das wird jetzt schon scheiße. Ich sehe es kommen. Deswegen Fall und Bogen. Upsa. Na. Bam. Nice, Herzen. Das erleichtert mir einiges. Na. Zack. Jawohl. Noch mehr Herzen. Und ich fühle mich wieder fantastisch. So, jetzt kann ich mal kurz gucken. Ähm. Was ich alles hier machen kann. Was steht dann zum Beispiel hier? Äh. Schloss, wenn ich keine Hauptbahn mache, was du willst. Dieses versiegelte Tor wird sich niemals öffnen. Das ist natürlich schön zu wissen. Das ist ein Ups, oder? Ähm. Ähm. Was könnte ich jetzt? Warte. Stimmt. Ich habe ja. Noch die Maske. Mal gucken, ob irgendwas passieren könnte. Hups. Ja, genau das. Weißt du, er hat gerufen? Nein. Der mich jetzt gerade voll erschreckt. Aber ja. Ich will dich nur markieren. Anvisieren, bro. Oh, lol. Ich wurde verhexed. Kaum schon, alter. Verhexed und ich... Oh Gott, das ist scheiße. Fängt schon fantastisch an. Ups, oder? Bleib auch anvisiert, bitte, Link. So. Ach, come on. So. Unglaublich. Ja, ja, ich war da, da, da. Am Wies... Wirst du keinen Menschen... Äh... Wirst... Wird keinen... Wirst... Warte, warte. Am Gipfel des Süßes hier in Ikana wirst keine Menschen du finden. Mit Ausnahme eines Manns und seiner Tochter, die in einem Haus war mit einem... Großem Wasser... Ja, ja. Zerstör, blablabla. Okay, irgendwie müssen wir das ja schaffen, dahin zu gelangen. Wir können ja mal versuchen, ob wir... Stimmt, die Viecher gingen mir auf den Sack. Bleib von unserem Haus weg, mein Vater... Ja, ja. Ich kann mal gucken, ob ich... Zu diesen... Seiten gassen kann. Wo innen von Ikana... Waren wir schon mal hier? Warte mal kurz. Äh, jetzt... Jetzt geht mir das auf den Sack. Wir packen... Na? Wir haben ja jetzt, äh... Die Hymne des Sturms gelernt. Wir müssen jetzt nur wissen, wie der geht. Ah, okay. Okay. So. Okay. Äh, damit müsste jetzt... Der Fluch weg sein. Genau. Okay. Schon mal, hier geht's... Hier geht's schon mal nicht lang. Da müssen wir noch gucken. Da müssen wir noch gucken. Ich geh jetzt einfach mal in jeden Ort rein. Ja, hier kommt ein Gegner. Genau. Ja, ja. Nice. Der kann mir nichts mehr anhaben. Okay. Noch einmal. Oh, lol. Und tot. Sehr schön. Bin aus Verletzungsfeuerger reingelaufen. Ja, äh... Wieder der Typ... Ja, ja. Oh, warte mal. Ich könnte eventuell versuchen... Nein. Ah, natürlich. Nein, nein, nein. In die... Ich bin genau in die Reihen gelaufen. Oh, Gott. Und bitte nicht sterben. Nein. So, ich guck mal, ob das hier funktioniert. Ich werde zwar gereinigt, aber... Hier sollte ja ein Wasserrad sein. Nee, auch nicht. Ich teste jetzt dieses neue Lead überall aus. Irgendwo muss das hier funktionieren, ne? Irgendwo. Irgendwann. Ja, ja. Besiegen würde ich auch mal. So ein bisschen scheiße. Irgendwo muss ich ja hier was machen. Und ich komme ja nicht an die Familie erstmal ran. Ja, ja, ja. Was sagst du mir? An jedem Tag alle zwei Minuten verlässt ein Mädchen das Haus der Musik und geht zum ausgetrockneten Brunnen. Doch solange die Geister um das Haus ziehen, wagt sie es nicht einen Fuß vor die Tür zu sagen. Ist es zu glauben oder nicht? Okay. Heißt, vielleicht weil es dunkel ist, traut es sich noch nicht. Irgendwo muss hier ein Brunnen sein anscheinend. Okay. Hier ist der Brunnen. So. Dann könnte hier doch was funktionieren, oder? What? Er geht mir auf den Sack. Jawohl. Er umgeht mir die Herzen. Wenn ich die ganze Zeit hier... Wir haben wieder Zeit. Ne. Äh. Machen wir es mal anders. Hm. Hoffentlich spurt das den Morgen vor. Ja. Dann machen wir uns zweiten Tages. 48 Stunden. Okay. Sehr schön. Okay, aber die Atmosphäre ist gerade nicht unbedingt schöner. Oh, Leute. Geht das jetzt? Muss ich mich irgendwie positionieren? So. So. Immer noch nicht. Vielleicht muss ich runter. Was ist hier? Nein. So. Brinkt das hier was? Nein. Dann wieder zurück. Brinkt das unten was? Oder muss ich erstmal die Leute in der Umgebung töten? Nicht. Das bringt erstmal auch nichts. Okay. Ich guck mal woanders. Irgendwo muss ich schon lang gehen können, oder? Da zum Beispiel. Zack. Ach, come on. Stimmt, den hab ich vergessen. Ja, ja. Zack. Okay, hat nicht funktioniert. Bam. Ja, ja. An jedem Tag. Alle zwei Minuten verlässt ein Mädchen das Haus der Musik und geht zum ausgetrocknen Brunnen. Doch solange die Geister um das Haus ziehen, wagt sie es nicht an Fußballschlern setzen. Aber welche Geister denn? Das frage ich mich echt. Ach, die Geister. Stimmt. Und solange die noch da sind. Ich kann mal später gucken. Erstmal hier lang. Was ist hier? Geister. Warte. Okay, komm, wir gehen mal hier hin. Oh Leute, fuck you. Fuck you. Ähm. So. Speichern wir mal. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie. Finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen da. Sofern du Vertrauen in deinem Geschick hast und deine Kraft hast, versuche diese verlorene Seele zu retten. Hihihihi. Denn, äh, dennoch musst du den irdischen Preis von 30 Proben bezahlen. Das werde ich. Komm, wir probieren uns mal. Du bist voller Energie, besiege die Gegnerin, der Zeit nimmt, sodass ihre Seelen für immer noch Frieden ruhen. Doch fällt deine Energie auf weniger als drei Herzen, werde ich den Kampf abbrechen. Na, das ist das Minze, was ich beten kann. Ja, ich bin bereit. Keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Aber irgendeinen Kampf. Oh. Fuck, was muss ich hier machen? Das ist Etty, die Jüngste der vier Ehrlich-Schwächsern. Ziele auf sie, sobald sie erscheint. Komm schon. What? Wieso macht kein Scham? Ich glaube, ich habe keinen Scham gemacht. Jetzt aber. Hä? Wieso hat das nicht funktioniert? Meine Güte. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Nice, einmal. Es scheint ein einfacher Kampf zu sein. Außer der hat eine Form, die mich aus dem Leben nimmt. Nice, ich war zu langsam. Oh, ich sollte meine in seiner Nähe bleiben. Vielleicht ist er schneller sichtbar. Nice, das geht sogar schneller. Okay. Komm schon, komm schon. Zeig dich, zeig dich. Jawohl. Komm, 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 komm. Mir kann es nichts anhören. Komm, nochmal, nochmal. Bam. Jawohl. Komm schon, zeig dich, zeig dich. Jawohl, hab ihn. Jetzt kommt der zweite, oder? Okay, scheiße. Einer. Ja, ich muss jetzt aufpassen. Nein, ich habe es verkackt. Ich muss, glaube ich, nochmal machen. Ne, das wird nichts. Das wird 100 pro nichts. Nice. Ich gucke mal, ob ich das... Erhöhen kann das Tempo. Komm schon, komm schon, komm, ich zeig euch. Scheiße. Ne, das wird nichts. Ich muss sie im Zeitlimit besiegern. Ne, das war nichts. Das war nichts. Ach, die mystischen Kräfte, ja, da könnt ihr dir nicht helfen. Das wird so blablabla. Nochmal, let's go. Let's go. Diesmal weiß ich, dass ich direkt Zeit gewinnen kann, indem ich in seine Phrase gehe. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm, komm, komm schon. Nice. Ich sollte, glaube ich, einen Jump Attack machen. So. Jawohl. Nochmal, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Jawohl. Komm schon. Der erste ist schon mal tot. Nice. Die nächsten zwei spawnen. Schneller, schneller. Na. Komm schon, komm schon, zeig dich. Jawohl. Nein, scheiße. Nein. Diese Steuerung. So, wir schüssen. Nein, verfehlt. Schon wieder. Das darf ich wahr sein. Block. Block einfach nochmal. Jawohl. Ich muss sehen, wie beide gleichzeitig besiegen können. Na. Ich darf nicht einmal, noch nicht mehr getroffen werden. So. Einer tot. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich weiß nicht, ob danach noch einer kommt, um ehrlich zu sein. Komm. Komm schon. Der ist tot. Ja, und es geht natürlich, kommt noch einer, oder? Der letzte, okay. Oh. Sag mir nicht, dass der mit... ...dem Item hier geklatscht werden muss. Ach, nee, der. Äh, nee. Natürlich nicht. Komm, ein Versuch wage ich noch. Ja, ja. Ja. Komm, vielleicht schaffen wir das ja mit, ähm, Pfeilen am besten. Äh, scheiß, die Wand ab. Ich hoffe, das geht mit Pfeilen besser. Let's go. Ich hoffe, ich habe eine bessere Idee. Nee, nee, nee. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich spare mir jetzt die Pfeile. Komm. Wir schaffen das mit den Pfeilen. Wir schaffen das mit den Pfeilen. Let's go. Ich, äh, mache das jetzt mit... Den ersten mache ich so. Und den anderen, die anderen beiden mache ich dann mit Pfeilen. Komm, komm, komm. Jawohl. Komm schon. Und die anderen beschieß ich mit Pfeilen. Na. Sorry, aber das ist so eine dumme Scheiße mit der Steuerung, ne? Anstatt einen Sprung nach vorne zu machen. Nein, er rollt. Ah, ich hasse das so sehr. Nochmal. Komm, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich will irgendwas erreichen. Ich will gucken, was man hier kriegen kann. Komm schon. So. Komm, nochmal. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Schon wieder. Das ist auch nicht wahr sein. Der rollt nach vorne, weil der geistig nicht auf der Höhe ist. Boah. Darf doch nicht wahr sein. Ja, ja. Komm. Wenn du so eine Scheiße vergolde ich meine Zeit. Alter, leck mich am Zückerli, ey. Komm schon. Komm schon. Komm, wieder. Der macht keinen Sprungangriff. Boah. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, ich schaff das. Ich schaff das, Alter. Sprungangriff beschleunigen die Sache einfach. Ja, ja. Scheiß drauf. Hätte der mich einfach. So, nochmal. Ja. What? What? Junge, wie ist... Wie klein ist das Zeitfenster? Drei Millisekunden oder? Weil gerade ging es ja noch. Wieso jetzt nicht mehr? So. Ich will das jetzt schaffen. Kramphaft. Let's go. So. Ja. Komm, wieder. Der heult einfach. Der macht keinen Sprungangriff. Der macht einfach keinen Sprungangriff. Das darf doch nicht wahr sein. Der macht einfach keinen verdammten Sprungangriff. Das ist doch so eine dumme Scheiße, Alter. Diese verfickte Steuerung. Kein Wunder, dass die Nintendo hier scheiße war. Wenn die ich mal hingekriegt habe. Komm schon. So. So, komm schon. So, wieder. Kein Sprungangriff. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich muss einfach so viel Schalm, wie wirklich machen. Ich will nicht mal eine Pfeile verschwenden dafür. Komm schon. Komm schon. Das war so schnell, aber er wollte einfach nicht. Okay, ich greife ihn einfach so jetzt an. Fuck it. Vielleicht mit Pfeilen. Wer weiß. Ich greife jetzt einfach irgendwie an. Vielleicht mit Pfeilen. Dann bin ich ein paar Sekunden spare. Los geht's. Boah, bin ich jetzt triggered. So, komm schon, komm schon. Komm schon. Jawohl. Komm. Eins. Zwei. Jawohl. Das geht viel, viel schneller jetzt. High Link Revenge. Alter. Okay. Drei Schüsse. Alter, das ging ja schnell. Holy fuck. Okay, das geht schnell. Komm. In mich rein. In mich rein. Einmal. Zweimal. Ja, hoffe ich doch. Der Kampf regt mich nur gerade auf. Nice. Nein. Scheiße. Ramp mich doch. What? Schon wieder. Nice. Ich habe ihn so getroffen. Wenn ich gut aime, ist das möglich. Nice. Komm schon. Noch mal ram. Noch mal ram. Nice. Zieh, 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 zieh. Nice. Komm, 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 komm. Nice. Komm. Das ist jetzt so knapp, ne? Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Jawohl. Jetzt der Letzte. Jetzt der Letzte. Komm schon, Alter. Bitte. Zeig dich, zeig dich. Äh. Nice. Hab den sogar getroffen. Oh fuck. Das war aus, was er missklickt. Huh. So, welcher ist das? Na, wie seht ihr die noch an? Na, ist doch mal getroffen. What the fuck? Alter, habe ich jetzt gerade den Run? Habe ich jetzt gerade den Run des Jahrhunderts? Da. Das ist der. Ich habe noch einen Fall. Das darf nicht wahr sein. Ich habe noch einen Fall. Ugh. Der. Nein. Der. Nice. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Ich habe es doch geschafft. Meine Fresse. Ich habe es geschafft. Alter, leg mich am Zucker. Es scheint, als wären ihre Seelen nun geheilt. Ich überreiche dir das irdische Hab. Und gut, dieser Geist, er nimmt es, Link. Was kriege ich? Oh, lol. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Egal. Ich habe jetzt ein Herz mehr. Äh. Ich dachte, ich kriege mal was Besonderes. Aber, ja. Naja, ist okay. Ich wusste, dass du kommen würdest. Jetzt ist auch mein Eigenseele wieder geil. Hier, 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 hier. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Ich dachte, ich bekomme was Vernünftiges. Naja. Jetzt schauen wir mal, wo wir alles hin können. Ich habe jetzt gar keine Pfeile mehr. Was natürlich unpraktisch ist. Äh. Was ist das hier? Hürde der Quelle. Aufgrund diverser Erscheinungen ist der Zutritt untersagt. Komm, wir gehen hier rein. Wir müssen irgendwie jetzt vorankommen. Wir müssen irgendwie vorankommen. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns geistern. Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Wird ja kein Fight. Hättest du vielleicht die Maske anziehen sollen? Äh. Naja. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. Oh Gott, Fight. So schlafe sanft zur Melodie der Schatte. Die Dua, der große Komponist nun anstimmen wird. Ist er nicht sogar der Bruder von dem anderen, vom letzten Mal? Und sei willkommen im Reich der Tote. Fuck. Ich sterbe. So, ich weiß nur. Das spiele ich direkt. Ich weiß, dass man es spielen muss. Let's go. Was ist das? Dieses Lied? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Dieses Lied. Dieses Lied. Oh, wir machen Fortschritte. What the fuck? Oh, der Brunnen ist nicht mehr trocken. Und die Geister gehen jetzt wahrscheinlich ganz weg, oder? Okay, die bleiben noch da. Lol. Ups. Nee, die gehen. Irgendwas passiert mit denen. Läu, wat? Wie ist das? Nein, nein. Nein, nein. Не. Ah, jetzt kommt sie sogar raus. Die Tochter. Ja, nice. Direkt dahin. Es war auch die Maske aus sie. Moll, mein liebter Bruder, vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, dass Königshaus könne wieder auferstehen. Du, der du die Tod nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinger in Aufruhr versetzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluchers, der uns so quält. Ich glaube, ich komme nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute noch zum Tempel komme, aber wir versuchen es. So, höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So, lautet meine letzte Bitte. Schnell zur Wohnung. Ach, zum Haus. Let's go. Oh, da bist du ja. Und sie hat Angst, natürlich. What the fuck, was für ein Sprint. Hallo? Ich bin auch freundlich. Was will die jetzt? Was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Muss ich irgendwie eine Maske aufsetzen? Die hier vielleicht? Warte, ich gehe erst mal weg. Hups. Habe ich denn irgendwie eine besondere Maske? Äh. Was soll ich da machen? Ich muss die irgendwie rausloggen, ne? Oder brauche ich eine Sache, die ich noch gar nicht besitze? Ah. Was mache ich jetzt? Würde von mir so Angst haben, oder? Ich gehe mal weg. Oder kann ich irgendwie rauslocken? Ich probiere mal was. Ich habe da Bomben. Bomben gehen neu mal. Joink. Ups, oder? Okay, die Bombe ist irgendwo hin verschwunden. Zack. Es wurde auch gesagt, dass die alle zwei Minuten rauskommt. Okay, sie kommt nicht raus. Doch, da. Ich nieke mich an sie ran. Hoffentlich bemerkt sie mich nicht. Hoffentlich bemerkt sie mich nicht. Ah, sie geht zum Brunnen. Sie geht zum Brunnen. Kann ich jetzt in das Haus rein? Ja, ich kann jetzt in das Haus rein. Okay, ähm... So, schauen wir da mal, was wir alles hier finden können. Fuck. Ich will nicht weiter. Ich will nicht weiter. Der ist verflucht. Der ist verflucht. Der... Äh... 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 Lied der Befreier, hört sich gut an. Vielleicht wird er vom Fluch befreit. So Nein So Bitte befreie Es hat funktioniert Nice Nice Vater 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 Pamela Andersson Was habe ich die ganze Zeit über gemacht Du hast nichts gemacht Ach du hast gar nichts gemacht Du hast einen bösen Traum gehabt Nur einen kleinen bösen Traum Pamela Pamela Was hat Eine Maske Nice Meins Bitte Du hast Giptos Maske erhalten Einst saß dieses Abstoßende Anlitz auf dem Gesicht Von Pamelas Vater Dieser Maske wirkt so echt Dass selbst ein Gipto Dich für einen Seinen Held Oh nice Ich kann es wahrscheinlich unbemerkt an dir vorbeilaufen So Ich will mit dir reden Upsa Jetzt darfst du dir endlich in Ruhe Verstehst du denn gar nicht Halt die Fresse Du bist dermaßen unsensibel Deine Mutter ist unsensibel Alter Wie spricht sie mit mir Wallach So dann Kann ich mir was klauen Was passiert wenn ich jetzt rausgehe Wohin kann ich denn überhaupt hin Ich habe jetzt was erreicht aber ich weiß nicht weiter Wohin Vielleicht folgt sie mir oder vielleicht kann ich ihnen Wohin 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 Ich gehe einfach nur zum Brunnen Ich hab da echt keine Ahnung Ich hab da echt keine Ahnung Vielleicht ist jetzt das Wasser So Vielleicht hat sich der Brunnen mit Wasser gefüllt So Zack Naja, die unsichtbare Präsenz. I know, I know, I know. Aber das wollen wir ja nicht. Ein Moment. So. Dann hier runter. Ah! Schauen wir mal. Ach stimmt. Warte, warte, warte. Wenn ich jetzt die Maske habe und die mich für dergleichen haltern, kann ich eventuell unbemerkt an die vorbei. Habe ich ja vollkommen vergessen. Da. Let's go. Wir probieren es aus. Speicher natürlich. Nichts passiert. Okay. Dann laufen wir einfach. Wer weiß, was jetzt passiert. So. Da ist einer und da ist einer. Wie so Türsteher. Reden die mit mir? Hinfort, hinfort. Gib mir etwas Blaues. Etwas, das mich gesund macht. Eine Bombe. Wenn du es nicht hast, dann bist du von keinem Nutzen. Hinfort. Was habe ich denn? Habe ich was Blaues? Alter, diese Nüsse. Gibt es denn irgend so ein Fisch oder so? Warte mal, ich suche mal. Gibt es hier irgendwas? Ne, hier kann man nichts machen. Ich brauche irgendwas Blaues. Kann ich Wasser? Kann ich Wasser benutzen? Ich habe hier so einen leeren Eimer. Probieren wir das mal. Geht das? Joik. Oh, oder nicht? Na komm. Tropfen nochmal hier runter. Dann nicht. Wir gucken mal, ob wir was Blaues finden können. Was ihn heilt. Da fällt mir einfach nur ein Elixier ein. Aber, ne? Irgendwas Blaues. Irgendwas Blaues. Kann man im Wasser was finden? Vielleicht so Fische? Ich hoffe, so einen blauen Fisch. So, man weiß ja nie, wie schnell Fische kommen. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Ah. Natürlich nicht. Ja, irgendeine Präsenz. I know, I know. Ja, 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 ja. Komm, stirb jetzt. Bam, Junge. Ins Gesicht. Mal gucken, ob er anders auf mich reagieren wird. Ups, nein, 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 nein. Wenn nicht, gehe ich... Hallo, gehst du mal hoch? Dankeschön. Ich gucke mal, ob ich gleich einfach dort entlang schwimmen kann. So, was war noch mal sein Problem? Junge, bleib stehen. Alter. So. Ah, dieses, dieses rote Ding, was ist das? Es sieht bedrohlich aus. Ja, der arme Ehre und seine Tochter in Ikana haben es tatsächlich geschafft, die Geister mit einer gigantischen Musikbock in die Flucht zu schlagen. Aber etwas so lachhaft Großes lohnt es sich nicht zu stehlen. Äh, zu kaufen. Aber ich spreche nur für mich selbst. Hey, hey, hey. Natürlich spielt die Musikbock nur, wenn sie durch die Strömung des Flusses angetrieben wird. Der Fluss ist ausgetrocknet, daher hat es keinen Wert, die Musikbock zu stehlen. Oh, äh, ich bleib mal nur wirkliches Zeug. Hey, hey, hey. Okay. Na dann, äh, nehmen wir mal, nehmen wir mal. Warte, erst mal. Zack. Absetzen. Absetzen. Und dann nehmen wir mal die Sora-Maske. So. Und dann, joik. Wir suchen mal jetzt. Nach etwas Blauen. Da wir uns sowieso schnell hier importen können, ist das nicht so schlimm. Upsala. Zack, zack, zack. Hö, hö, hö. Ja, Sümpfe des Vergessens. Upsala. Gibt es denn irgendwas hier? Ne. Kann ich was bei der Dame hier kaufen? Bei der Hexe. Upsala. Wat? Was passiert denn jetzt? Wohin geht die denn? Oder was macht die denn jetzt? Greicht die mich an? Ich glaube, ich hatte die Erfolgen. Ja, die ist jetzt dahin gegangen, oder? Ich schau mal. Wohin geht es denn hier lang? Wille. Wenn er nämlich die vorsichtigen gefällige Schildkröten. Okay. Ist jetzt hier lang gelaufen? Ach, geflogen? Ich hoffe es mal. Oder? Nein. Das waren die Affen. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Dann ist die wahrscheinlich hier lang. Wir brauchen irgendwas Blaues Kannst du niemandem erzählen Dass wir sowas Ich glaube ich kaufe mir gleich mal So ein scheiß Elixier Willst du mich verarschen? Okay, fuck it, Junge Der ist scheiße Oh, ähm, ja, einen Moment Wir probieren mal alles aus heute Wir probieren einfach alles aus Na So Nice So Okay, hier war nichts besonders Hätte ich eigentlich gar nicht hier drauf gehen sollen Aber egal Oh, warte mal Da ist eine Eule Die habe ich gar nicht realisiert Schnell, 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 schnell Oh, kaputt schlagen, Junge Amk Und jetzt kann ich mich auch hierhin porten, Junge Nice, nice, nice Ich kann mich auch hierhin porten So, wenn nicht Gehe ich jetzt gleich kurz Ähm, ne So Ähm Ja Ich weiß nicht, wie man da wo kommt Aber ich gehe dann gleich kurz Bruh Infocenter Kurz Nochmal zur Anfangsstadt Derzeit geschlossen Bitte Alten Schachtel Okay Ist hier vielleicht doch woanders hinge... Äh Egal Ich habe keine Ahnung Äh Ich habe da echt keine Ahnung Ähm So 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 Und dann Unruhstart Let's go Ich hebe ein bisschen Kohle ab Hoffen auf das Beste so dann ich vermute wahrscheinlich dass das irgendwie so 100 kosten wird oder so das ist die ausrüstung und das sieht nach obwohl das hier ist was nicht die bomben und sonne ja tschüss was ihnen heilen kann irgendwie sowas ähnliches steht auch den anderen glaube ich fragen soll egal da das sieht doch danach aus was wir wollen 22 uhr und das kann doch nicht wahr sein hier kann ich auch aber irgendwas blaues wollte der scheiße nein nein weg da weg da so wie mache ich das jetzt alle ich wollte die tür öffnen nein komm schon ich will einfach nur raus und so jetzt ganz vorsichtig und tschüss ich war wo krieg ich denn was nachher ich komme hier nach weil da kann das kann doch nicht darin ernst sein ich habe da keine ahnung wie es weitergehen soll ne ich glaube hier geht es definitiv nicht weiter ich will jetzt nicht gleich ich will jetzt nicht den guide öffnen post austragen willst du mich verarschen keiner hat zeit höchst vielleicht hier vielleicht hier lotterie nee und so wollte ich gar nicht lang ich idiot zurück aber manchmal weiß ich nicht was wo ich wie bekommen soll was ist das denn ein moment bestimmt kann ich mit ihm so sprechen wo wer hätte das gedacht du bist ein corona also sollst du auch in der lage sein ein pulverfass zu tragen oh nein ein pulverfass kostet 50 ruby ne brauche ich das pulverfass brauche ich jetzt will ich das pulverfass ich denke ich kaufe eins ja wo wir fassen die meinen lehrer hergestellt hat sind äußerst durchschlagskräftig wenn du wieder welche braucht besuchen ich einfach okay dann habe ich schon mal das hier keine ahnung was mir das bringen wird aber hey ich hab's speichern mal weil ich habe echt keine ahnung was ich jetzt machen soll ich sollte kohle besorgen ja und derzeit öffentlich man kann ich hab da echt keine ahnung mehr abheben ups nein ich wollte abheben ich hab mir auch ungedrückt äh abheben genau vielleicht wasser kann man kann man nicht wasser könnte wasser eigentlich auch funktionieren ich probiere es mal ich nehme mal 50 mit ne 60 so ich hab schon mal ein guide offen aber benutzen tue ich ihn gleich erst ich muss jetzt echt gucken was ich kriegen kann irgendwas blaues so hoffentlich lässt er mich so durch ja er guckt mich nur an lol da fuck im spiel okay im guide wird gesagt ich brauche mehrere dinge das fängt schon mal fantastisch an nicht deren ernst also bin ich ja nicht so schnell ja ich kann ich hier runter yes da 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 warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal was muss ich hier jetzt tun hier zack maske direkt wechseln na ich kann mal nachgucken weil es wird gesagt dass ich ein fisch brauche also schauen wir mal direkt hier nach oh da ist ne kietze da ist ne kietze ablauchen nein ich will ne roten der sieht cool aus der rote fisch und 20 rubine ne ja hab ich mir doch gedacht nein verfehlt jetzt haben wir dich ich hab den fisch schon mal äh was braucht man denn noch ich glaube ich bräuchte viel viel mehr leere behälter ne weil anscheinend äh warte kurz bub so ach fuck it nein 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 ich hab das nicht der befrierung spiel auszusehen nein ey Junge piss dich weg was brauch ich denn jetzt obwohl ne 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 warte mal warte mal ich hab doch ne idee ne 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 letztens hat mir doch so ein kleines pissvieh was geklaut nicht wahr Junge fuck off so ein scheiß vogel hat mir doch was geklaut wo war der denn wo war der kleine splasher Junge fuck off oh den will ich töten ich sollte mal meinen lass sie wegpacken ne ups tauschen das hier mit aus fuck it na jetzt geben wir das nice wo ist der wo ist das wo ist der scheiß vogel nice gibt mir die herzen so hab noch ein bisschen ähm Mana wieder zurückbekommen na krieg ich nix mehr hier nur bohren um zu sterben oh Bomben nehm ich so nord das wo ist der scheiß vogel ich will schon der scheiß vogel für dich ja auch gerne paar feil und Dögen aber nja wenn der vogel zu nahe kommt sollte schon mal das hier bereithalten Wo ist der? Wo ist der kleine Splasher? Ne, das ist ein... Ist da was in der Mitte? Ja, ne Pflanze. So, weg mit dir. So, gibt's hier keinen Vogel. Ich schau mal. Ich schau mal. Pfeile hab ich noch nicht bekommen. Nice. Nice, 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 nice. Ich such mal den Vogel hier. Dann krieg ich meine zweite Flasche hier zurück. Weil der hat sie mir letztens geklaut. So, dann nehmen wir dat. Ich muss jetzt nur noch den scheiß Vogel finden. Was ist der nur? Ah. Ich würde den scheiß Vogel noch finden, äh. Ja, ja. Weg mit dir. Irgendwas kannst du bestimmt hier machen, ne? Ja, ja. Ups, oder? Kamerad. Ja, du kannst gerne spawnen. Oh, hier ist eine Kiste. Anni kommt schon locker ran, oder? Warte kurz. Anni kommt schon locker ran. Ich glaube, irgendwas hinter mir flattern hören, um ehrlich zu sein. Zack, und was kriege ich? Rubine, nice. 20 wieder. Das sind die Fledermäuse. Das sind die Fledermäuse. Okay, ich habe echt keine Ahnung. Ich brauche irgendwie... Ich lese jetzt. Ich brauche... Ähm... Warte, warte, warte. Ich brauche 5 Wundererbsen. 1 Fisch, 10 Dekonisse und 10 Bomben und 1 Milch. Okay, da können wir eventuell mal die Milch machen. Fuck it. Ne, kann ich ja nicht. Ich brauche irgendwie Behälter. Ich brauche irgendwie Behälter. Irgendwie muss ich auch an den Behälter ran... Oh, ne, was ist das? Ne, ne, das war der nicht. Ups, oder? Irgendwie muss ich auch an den Behälter kommen. Das kann man auch mir nicht erzählen. So. Ich kann mal nachgucken, wie ich am Behälter ran kann. Äh. Äh, jetzt muss ich da echt nachschauen, ne? Es gibt nur begrenzte... Oh Gott, es gibt nur begrenzte Sachen. Okay. Natürlich. Wir reden von Majora's Mask. Fuck it, ich weiß jetzt, was ich tue. Ich verschwinde jetzt Kohle. Ich verschwinde jetzt Kohle. Ich kaufe jetzt die Elixiere. Und zwar, hier war eins. War nicht die Elixiere, sondern das hier. Speichern. Hi. Wie viel kostet das? 50. Ich nehme eine. Achso, ich dachte, ich krieg die Flasche. Bro, what the fuck? So rude. So rude. Ich dachte, ich krieg die. Ja, wie soll ich jetzt die Scheiß... Oh Gott. Wie soll ich das jetzt machen? Warte, einen Moment noch. Läubert. So, was will der denn? Dieses Privatanktum? Ja, ja. Fuck you. Alter, es ist so scheiße. Ich muss irgendwie weiterkommen. Ich bin gerade an so einer Scheißstelle in Majora's Mask. Ich brauche noch Wundererbsen. Wie zur Hölle kriegt man Wundererbsen? Du brauchst so viel... Ach nee, warte. Sind das nicht sogar Wundererbsen? Ja. Wie zur Hölle kriegt man die dann? Okay, einer wird... Einer wird... Im Dekopalast verkauft. Ich schaue mal im Dekopalast vorbei. Alter, das ist... Das ist so eine dumme Scheiße. Scheiße, wo war der jetzt? Der Dekopalast. Der müsste doch irgendwo in den Sümpfen sein, ne? Dämmerwald. Hier, gehen wir mal hier. Fuck it. Wir müssen jetzt irgendwie vorankommen. Das ist so... Blöd gemacht, ne? Dass man jetzt mehrere Sachen braucht. Okay, hier ging es schon mal nicht lang. Ich brauche jetzt mehrere Sachen, nur um weiterzukommen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Obwohl, ne? Hier waren wir doch schon, ne? Genau. Fuck it. Wann da mit dir? Äh... Alter, alter. Ich habe da echt keine Ahnung, wie ich hier weiter... ...spielen muss, ne? Ich brenne ihm sicher jetzt aber ein bisschen Kohle mit, damit ich überhaupt... ...falls ich mal was kaufen kann, das auch kaufen kann. Äh, ne? Aber ich kann dir mal Masken kaufen. Komm her. Na? Ich brauche mir mal Masken bei ihm. Ach, Masken, sag ich mal Karten. So. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hör auf zu Labern und verkauf mir Karten. Dämmerwald. Yes. Yes. Sehr schön. Kannst du mir noch die andere Karte verkaufen? Die habe ich schon, okay. Die habe ich schon. Sehr schön. Und tschüss. Ah, man, 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 man. Es geht links lang, es geht da lang. Tja. Wir schauen mal, wir schauen mal. Irgendwo muss es ja lang gehen, ne? Hei, 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 das Spiel, das Spiel, das Spiel. Einige Sachen sind ein bisschen unnötig kompliziert gemacht. Ich versuche auch erstmal die Wunderkerbsen, äh, Erbsen heute zu machen. So, hier geht's lang. Stimmt. Sie ist definitiv dann hier lang gef... Hier lang gefahren. Wie viele Wundererbsen braucht ich noch mal? Fünf. Fünf, fünf, fünf. Hoffentlich sind sie auch günstig und nicht irgendwie so drei Millionen für eine Wundererbse. ich gehe mal kurz hier runter was ist hier oben nach unten mal nicht da oben toll ja genau hier geht's da ich wollte mich nur rollen so macht die kids auf und wir finden popo robin 50 grüne wert neues und schuss alter wundererbsen so viel dumme scheiße und ich bin falsch gelaufen natürlich sind für des vergessens ich weiß gar nicht mehr wie man es hier gemacht hat 10 bomben 10 dekonüste 500 erbsen ein fisch dass man das direkt schon falsch gelaufen okay ist aber nicht so schlimm erst mal rechts rechts ist schon mal richtig was ich anhand der bäume in die richtung der bäume ja ohne schildkröte niedlich nicht niedlich die greift mich an das ist ein schnapper auf die art und weise wird wie sie dich wie sich diese dinge bewegen zeigen sie jeweils ihre wurden kommt okay an den kann ich mich auch so heran ziehen okay hier geht schon mal nicht lang gut zu wissen so immer den bäumen nach rechts links und hier geradeaus eventuell da ist sie sogar so ich will mit dir reden tihihi welchen dienst darf ich dir erweisen bist du etwa wegen der bootswart gekommen und was für ein pech komme ach kum ist verschwunden bitte hilf mir nach ihr zu suchen ok ja und wie soll ich jetzt finden bist du etwa ach stimmt weil ich ja die zeit wieder zurückgedreht habe hat sie oh bin ich wieder zurück natürlich das waren zwar die bäume aber äh ich ich will kotzen alter an der stelle wo ich gerade bin es ist ja furchtbar das kannst du dann niemandem erzählen ja so rechts ich war auch ziemlich dumm muss man sagen wir müssen wir müssen fair bleiben wir müssen fair bleiben so und dann noch mal geradeaus nein es darf nicht wahr sein ich will nicht mehr man ich will nicht mehr ich will doch einfach nur in der story weiter kommen aber nein dieses spiel sagt fuck you du brauchst das und dass du brauchst du brauchst das und das sie Anna Lebensversicherung du brauchst ein Master in Sendologie yapback get wrecked get wrecked alter soll also links oder was dann doch rechts weiß was wackelt speichert hier durch die ganze wieder zurücklaufen was dachte ich mir geradeaus hier geht es nein natürlich nicht da speichern wo wir lang müssen speichern da ist ja die schwester hilf mir er wieder ach stimmt ich habe gerade nach pilzen gesucht als ich bitte eine übergezogen bekam dies nervige habe ich glaube ich würde es hinter dieser maske nicht erkennen werde gedacht dass so etwas passieren würde und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen du hast du denn nicht so weit was energie wieder erscheinen kann nein habe ich nicht egal du leidest jetzt so wo war noch mal der scheiß palast also wo war noch mal der scheiß deko palast egal wie geht es hier durch wo war noch mal der deko palast irgendwo muss doch sein ich will davon nur erbsen kaufen so der mann war zum fluss vergessen nein wir gehen in den dämmerwald ich kann nicht mehr ich will nicht mehr hier müssen wir weg hier müssen wir hundertprozentig weg ja ich sterbe kann ich noch schnell die maske anziehen ich dachte ich habe vergessen dass das schaden macht ich kann nicht schwimmen ich sterbe ach komm mal fuck it nein so alter es ist so furchtbar ne ich muss jetzt die ganze scheiße finden der malweil noch mal damit ich nur zum scheiß deko palast komme ich bin auch ziemlich dumm so kann ich mich daran ziehen ja ich weiß wie das noch mitgehen ja ja ich weiß schon zack 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 fuck you don't touch me jawoll nein ja ja oh nice kann ich mitleben Nice. Mein Spot. Junge, mein Spot. So. Nein, da kam ich nicht hoch. Okay. Da nehme ich nicht. Und ich falle. Weiße. Na, Mann, 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 Mann. So, dann machen wir es mal ganz ruhig. So. Okay, jetzt. Nice. 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 So, ist jetzt hier. Sind fürs Vergessenes? Nein. Noch nicht ganz. Also, ich sollte mal speichern. Na. Da. Da ist das doch, oder? Da ist doch das Schloss der Dekos. So. Dekopalas, genau. Hier wollte ich hin. Meine Güte, hat es gedauert. Habe ich hier vielleicht eine Eule übersehen? Nee, habe ich nicht. So, aus dem Weg. So, speichern. Irgendwo muss jetzt doch ein Händler sein, der mir ein paar Sachen verkaufen kann. Wenn man das Spiel echt nicht kennt, ist das oft anstrengend. Bist du der Händler? Es ist furchtbar traurig, aber der König lässt sich durch nichts beruhigen. Unsere Sinne sind vergiftet. Ist das dies? Oh, ihr Götter steht uns bei. Gibt es denn irgendwo einen Händler oder so? Hier muss doch irgendwo ein Händler sein. Schau mal kurz. Ach, warte. Ich bin, glaube ich, komplett falsch, oder? Upsa. Na? So. Ich glaube, der war noch neben dem Sumpfcenter, oder? Wieder, wie es auch hieß. So. Da. Let's go. Alter, ich bin so scheiße in diesem Spiel, ne? So. So. Da gab es noch diesen einen Deku. So. Einmal hier hoch. Zack. Und an wen verkaufst du nur? Danke, dass du... Ja, ja, dir grüßt. Ah, ich möchte hier direkt vor dem Palast handen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Weißt du, wer? Ja, ja. Hund, erbsen, nur 10, Rubi? Ja, perfekt. Dann kam ich mit fünf Stück direkt. Ja. Kann ich direkt ein paar weitere mir gönnen, bitte? Gib mir mehrere. Ja. Nice. Okay, es kommt vor. Es geht voran, Freunde. Noch drei weitere. Jawoll. Da, 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 da. Ich probiere mal gleich mein Glück wieder an der Scheiß, an der Scheiß-Eule. Auch Eule, sag ich schon. Äh, Scheiß-Vogel. Ich muss noch gucken, wie man noch eine... Wie man eine, äh, leere Flasche kriegt, ne? So. Hups. Na. Schließen. So. Jetzt haben wir... Fünf. Sehr schön. Speichern wir. Schritt für Schritt. Schritt für fucking Schritt. So, jetzt schauen wir da mal. Kommt, warte mal, warte mal. Ne, 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 ich hab doch ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab doch eine Idee. Wir haben doch die Schwester gefunden. Wir können es doch der anderen Schwester sagen. Wir können es doch der anderen Schwester sagen. Ich Idiot, ich Idiot. Easy können wir es der anderen Schwester sagen. Und die gibt uns doch dann eine Flasche, oder? Weil wenn ich das kriege, dann kann ich ja jedenfalls... Ähm, ne? Kann ich ja jedenfalls... Warte, geht's überhaupt nicht? So. Kann ich ja vielleicht bei ihr was kriegen. Ich glaub, wir haben damals so eine Flasche von ihr bekommen. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Schnell. Hiermit müssen wir schneller. Let's go, let's go, let's go. So. Nee, wo war die denn nochmal? War die hier oben? Ich schau mal nochmal nach. Oder war die woanders? Na komm schon, na komm schon. So. Ich glaub, die war woanders. So. Okay, die war nicht hier, dachte ich mir. Scheiße, die war es dann, die abgehauen ist. Ähm. Teleportieren wir uns dann direkt zum einen Ort. Mann, hätte ich diese scheiß Flasche nicht verloren, ne? Wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Da. Oh, ärgert mich das so sehr, ne? Ich hab, ich hab, ich bin echt grad an der Nervensgrenze. Ich spiel selber scheiße und ich realisiere das auch, ja. So, hoch, ups, oder? Hoch die Ende, Wochenende. So, hier müsste doch die Schwester jetzt sein, ne? Ich dachte, die wäre draußen gewesen, aber die ist... Ne, die war doch irgendwo. Ja, wo war die denn nochmal? Ich hab die doch gerade eben noch gesehen. Die hat doch nach ihrer Schwester gesucht. Die hat doch gerade eben noch nach ihrer Schwester gesucht. Aber wo? Ich hab's vollkommen vergessen. Ja, hier nicht. Fuck, wo war die denn nochmal? Wo war sie denn nochmal? Sie hat doch damals irgendwie so einen scheiß Trank gegeben. Ja, komm, what the fuck on. Junge, ich will einfach nicht mehr heute. Komm, wieso dreht er sich nicht? What the fuck? So. Ja, genau, hier lang. Oder da lang. Ich speichere mal. Na. Oh Gott, nicht mehr lange. Oh fuck, ich falle durch. Äh, äh. Na. So. Oder ist das die, die Kuppelast? Na. Nee, das war jeweils komplett anderes. Okay. Hier durch, hier durch, hier durch. Irgendwo muss ich es finden, ne? Irgendwo muss ich es finden, ne? Ich raste aus. Das Spiel geht echt an die, zählt echt an den Nerven, ne? Ah. Sie ist hier doch irgendwo. Ach nein. Ich bin so ein Vollhong. Sie war doch, sie ist doch hier reingeflogen. Genau. Sie ist hier reingeflogen. Hat nach ihrer Schwester gesucht. Die kannst du direkt ansprechen. Die gibt mir dann ihre scheiß Flasche. Und jetzt muss ich mir nur merken, wo lang es ging. Rechts, links, Mitte war das, glaube ich. Ja, ja. So. Das wird im Timing manchmal auch echt scheiße. Weil manche Sachen musst du halt nochmal machen, um voranzukommen. Da, da ist sie, genau. So, komm zu mir, bitte. Ich hab sie gefunden. Upsa. Ja, welchen die mich das hier weisen. Bitte, 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 bitte. Bist du etwas wegen, ja, bla, 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 ja, ja. Bitte, hilf mir. Hab ich, hab ich doch. Hab ich doch. Bro. Nein. Ich hab doch sie gefunden. Ich hab doch sie gefunden. So, speichern. Rechts. Nein. Links. Geradeaus, hoffentlich. Laden. Äh, komm schon. Na? Laden, dann nach rechts. Ich will einfach nur vorankommen, ey. Da. Aua, hilf mir. Ja, ich will dir helfen. Ich will auch einen Trank geben. Ich hab leider nichts, gar nichts. Okay, deine Schwester will ich mir auch nichts geben. Okay. Fuck it. Ich geh jetzt einfach in die Nähe zur Unruhstadt und hoffe, dass ich dort einfach nur ja, dass ich einfach nur eine Flasche kriege von dem scheiß Vogel, der mir es geklaut hat. Wenn nicht, wenn nicht, werde ich offstream erst mal mir die scheiß Flasche besorgen. So, und dann bring ich sie halt nicht lang. Ja, so. Fuck you. Jawohl. Nice. Würde ich diesen scheiß Vogel hier wiederfinden, ne? Wer dieser scheiß Vogel, ich muss irgendwie gucken, wo ich... Niemals, wo ist dieses scheiß Vogel zu sehen, ne? Ich guck mal kurz. So. Ich kann ja mal kurz gucken, wo man es überall kriegen kann mit dem Guide. Äh, äh, äh. Äh, theoretisch. Schau mal kurz. Ich schau mal kurz. Ich will echt nicht ausdenken, ne? Egal, ich teste es mal hier. Vielleicht findet man hier was. Weißt du, ich finde die Schwester und die so, oh, wenn du die suchst, hilf mir, aber ich werde dir nicht helfen. Fuckin' hell, alter. Fuckin' hell. Ah, ich brauch einfach nur scheiß Milch. Ups, ne? Ach, weißt du was? Ich versuch's beim nächsten Mal herauszufinden. Ah, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.